Der Osterhase Wenn jeder eine Kiste hat Sagt Bescheid Denkt dran auch Das Schild und die Truhe mitzunehmen Ja Und alles weitere erklären wir dann Wenn jeder eine Kiste hat Genau Achso noch kleine Ansage Das Video von gestern Dieses kleine Tutorial Das war kein Scherz Wir meinen das ernst Wenn ihr einen Baum abfarmt Dann bitte komplett Und wenn ihr einen Baum Nicht komplett abgefarmt habt Und der steht da noch Und ihr wisst das Ihr wisst das Ihr wisst das Ihr wisst das ihr das wart Dann macht das bitte Noch nachdringlich Sonst gibt es Ja Wenn ihr den Baum seht Und der so abgefarmt ist Äh nicht ganz abgefarmt ist Und ihr wart nicht Äh Genau Ja Ja Das war's Das kleine Special Zu Ostern Und viel Spaß noch Beim Suchen Macht's gut Genau Ciao Bitte Hey